Ja, wir haben Breaking News für Sie, das wird ein spannender Tag, ich verspreche Ihnen, der wird mindestens so spannend wie die letzten, denn wir haben gerade erfahren, wer der neue Vizekanzler in der neuen Regierung Kurz sein wird und da ist er schon am Foto, es ist Hartwig Löger, unser Finanzminister, den Sebastian Kurz heute offiziell zum Vizekanzler dieser neuen Übergangsregierung machen wird, das heißt Hartwig Löger löst Christian H.C. Strache, also Heinz-Christian Strache als Vizekanzler ab. Löger ist der logische Vizekanzler, ist der mit Abstand zweitbeliebteste Mann in dieser Regierung nach Kurz, er hat einen positiven Saldo im Politikerbarometer von plus 18, das ist ein wirklich exzellenter Wert, er hat sich in den letzten Monaten hier wirklich enorm hinaufgearbeitet, zuerst mit dem Familienbonus, dann mit der Steuerreform, auch mit dem Nulldefizit, macht wirklich einen super Job als Finanzminister, ist logischerweise als Finanzminister auch der zweitwichtigste Mann in der Regierung. Über viele, viele Jahre war es Usus, dass der Finanzminister auch der Vizekanzler ist, zum Beispiel Androsch bei Kreisky und viele andere Fälle und später dann Bröll bei Gusenbauer und Faymann und so weiter und so weiter. Also Finanzminister wird Vizekanzler, Löger ist der neue Vizekanzler, die werden alle heute um 13 Uhr bei Van der Bellen angelobt, die neuen Minister, die wir Ihnen dann ab 12 Uhr alle ausführlich vorstellen werden und der neue Vizekanzler, Hartwig Löger, Gratulation, der ist also Vizekanzler, ab sofort.